Kennst auch du die Probleme, die mit dem Altern kommen zur Genüge? Rücken-Schmerzen, Knie-Schmerzen, die Sehkraft wird schwächer. Es zwickt und zwackt dort und da. Wir versuchen mit Würde zu altern, aber es ist nicht immer leicht, wenn das Herz drückt, der Blutdruck steigt, Diabetes zum Problem wird und wir alle 14 Tage zum Arzt laufen müssen, um Tabletten abzuholen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie ihr Körper funktioniert und wie man seinen Zellen mit natürlichen Nährstoffen hilft, die Regeneration anzuregen, anstatt Probleme mit Pillen zu übertönen. Die Experten sagen es uns nicht, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie es nicht wissen, wie man bis ins hohe Lebensalter mit Energie und Lebensfreude aktiv sein kann. In meinem neuen Ratgeber, das Neun-Punkte-Programm nach Helmut Matzner, stelle ich erstmals eine schrittweise Anleitung vor, lerne neun einfache Grundregeln für optimale Gesundheit, die dir kein Arzt in dieser Form sagen wird und lasse die lästigen Altersbeschwerden hinter dir. Klicke jetzt auf die Schaltfläche das Neun-Punkte-Programm, um zu lernen, wie auch du mit deinen Enkeln spielen kannst, ohne nach Luft zu bringen. Und du wirst kein Pflegefall für deine Familie werden. Aktiv und selbstbestimmt, das ist die Devise. Klicke auf den Link das Neun-Punkte-Programm. Seitengre Program. Evan-Punkte-Programm neben ich bzw.olicon-Fermatけど und Kimse-Programm befindet sich zu miner